Geil! Jetzt mit Ton! Das mache ich aber nicht lang, wenn ihr euch sicher seid! Rückwärts, das Mannengucke, der Sonnensicht! Genau! Challenge! Jetzt fangen wir gerade das Wasser weg. Alles wird ganz sicher gleich, damit es hier flach wird. Sicherlich 20 cm, wesentlich schneller. Jetzt sind wir hier in der schwarzen Steuer. Jetzt zieht das Wasserländer. Jetzt kommt gleich die Welle. Jetzt kommt es noch 20 cm. Dann wird es hoch. Jetzt gibt es den Ufer wahrscheinlich, dass es gerade wieder hoch geht. Jetzt filmen wir live mit Ton. Der Schwan. Der Decker. Und die Natur. Der Decker. Der Decker. Der Decker. Der Decker. Bis zum nächsten Mal.